Im Notfall können wir dem Jungen ja sagen, dass er... Ah, hier ist gar nix. Ach, okay, gut. Das hat sich dann damit auch erledigt. Ja, hier ist nix. Schade. Das heißt, wir müssen da irgendwas machen. Aber was? Irgendwas müssen wir diesem Kacker ja machen. Sir, eins euer Fässer hat ein Loch, oh nein. Schnell, Beilung. Boah, das ist ja echt ein ganz flinker, unser Charakter. So, kurz warten. Ich finde es aber ganz cool, dass sie so über mehrere Räume auch interagieren. Also wir können ja zum Beispiel auch den Knecht, den wir normalerweise immer dabei hatten, dem hätten wir ja auch aufgeben können, dass er quasi in einem ganz anderen Abschnitt von der Spielwelt halt irgendwas erledigt. Und das macht er dann auch wirklich. Was an sich schon echt cool ist. Wie in diesem, äh, in der Höhle des Drachen. Da haben die ja dann auch... Moment, ich... Was passiert ist eigentlich, wenn ich dem sage, dass er... Na, na, wir gehen lieber erstmal weiter, weil ich glaube, das Skull wird hier gleich auftauchen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Mann, ich bin mir unsicher. Ich würde jetzt auch gerne irgendwie... Hups. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt einfach nochmal. Äh... Ich nenne das jetzt einfach mal so. Okay, dann habe ich jetzt sogar zwei Spielstände. Im Notfall lade ich einfach nochmal den fünften. Ich... Sorry, aber ich speichere jetzt einfach nochmal. Ist mir sicherer. Sicherer. Nein! Alter, was ist das denn? Benutze. Können wir hier... Die Zange, naja. Äh, wir haben doch jetzt... Haben wir nicht dieses komische Ding dabei? Ich dachte, wir haben... Wegen dem... Wegen der Wein... Wegen dem Weinfass. Ups. Besteche, gib. Verlange. Besteche will ich jetzt auch nicht. Können wir den damit töten? Schade. Slow Mo Clap. Okay. Ich halte jetzt nochmal den hier. Gut. Dann... Wissen wir jetzt schon mal mehr. Oder so. Zum einen... Moment, untersuche. Axt. Zange. Fett. Statue. Tagebuch. Flasche. Pulverfass. Messer. Glascherbe. Ja. Wir haben diese komische... Also wir haben das Weinfass jetzt einfach nur geöffnet. Zur Ablenkung. Ähm... Was passiert, wenn wir... Moment, ich geh mal kurz zum Jungen. Moment. So. Sprich. Sprich den Jungen an. Warte, ich geb dem Skoll... Was? Nein, du... Nein, ich wollte hier gar nicht lagen. Ich wollte dem Jungen sagen, dass er den Skoll woanders hinschicken soll. Läuft ja wieder wie geschmiert hier. Und wie komme ich denn in diesem... Anderen Raum da weiter? Ich weiß es gar nicht. So. Ja. Also ich kann ihm jetzt auch keine andere... Ne, also ich kann ihm jetzt anscheinend auch nicht sagen, dass er dem Skoll was anderes sagen soll. Ja, Gnarf. Immer etwas verwirrend. Ne, okay. Dann muss ich das echt irgendwie anders anstellen. Ich kann ihn auch nicht irgendwie ausschließen, oder? Wenn der Skoll im Weinkeller ist, was bringt mir das dann? Dann kann ich natürlich quasi hier vorbeigehen, an der Halle hier. Ah, betrachte Kopf, hier ist noch was. Der riesige Kopf ist von Motten zerfressen und aus den schlecht gearbeiteten Nähten quillt das Stroh heraus. Aber die Stärke und Würde des edlen Tieres könnte ihn der primitiven Barbar, der es im Wald erlegt hatte, trotzdem nicht nehmen. Das bringt uns jetzt aber auch nicht so viel, ne? Ist noch ein Fenster. Ein Unglück ist geschehen. Okay, wir können in den letzten Raum, aber was wir dann da machen, weiß ich nicht. Da müssen wir dann irgendwas machen, um diese Maschinerie wieder in Betrieb zu nehmen. So. Gehe weiter, dann geht er jetzt in den Weinkeller, genau. Ups, Beilung. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Raum da hinten rein. Und müssen jetzt einfach mal hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, irgendwie will ich auch nochmal mit dem Jungen reden. Auch wenn das jetzt dumm ist. Besonders wenn... Ja. Ich weiß, der Skull wird mich gleich wieder erwischen, weil... Ja, genau deswegen. Ist mir jetzt egal. Oh Mann, das ist aber auch echt bescheuert. Also sorry. Aber wenn der Charakter echt zu blöd ist, zu dem anderen hinzugehen... Naja. Dann gehe ich jetzt trotzdem nochmal in den Raum nach hinten und gucke, was wir da machen können. Wir haben doch bestimmt irgendwas dabei. Im Keller liegt aber auch nicht noch irgendwas rum, oder? Na, los. Manchmal läuft er nicht. Manchmal läuft er ganz komisch. Läuft bei dem, ne? So. Nach hinten. Ansonsten... Oh, ich bin mal wieder überfragt irgendwie. Aufnahme hat gerade erst gestartet und ich bin gleich mal wieder... ...schwer verwirrt. Achso, ist wahrscheinlich schon leer gelaufen, ne? Ich dachte schon, warum das nicht mehr... ...läuft. Soll seine Fass ist leer. Ja, das ist ja schon mal so richtig. Glasscherbe, Messer, Pulverfassflasche, Tagebuchstatue, Fett, Zange. Zange haben wir auch noch dabei. Was machen wir denn mit dem Fett? Wir haben die... ...Objekte... ...ja nicht umsonst dabei. Inwiefern Fett auch ein Objekt ist. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hi. Ah, okay. Der hat uns gekonnt ignoriert. Das ist schön. Ähm, jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Zeit. Merkwürdig. Okay, aber der Skoll hat uns gerade ignoriert, weil er mit dem... ...Jungen mitgegangen ist. Irgendwas muss ich ja in dem Raum da hinten machen können. Ansonsten können wir ja nichts machen, ne? Das ist ja die Sache. Dädem, dädem. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. So. Okay. So, ich speichere sogar nochmal den hier rüber. Okay. Die ganzen besoffenen Skoll, naja. Besser für mich. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Winde betätigen. Ja, bewegt sich nicht. Ähm, benutze Messer, Pulverfassflasche, Tagebuchstatue, Fett. Schade, ich dachte, wir können die einfetten. War jetzt nur so eine Kurzschlussidee von mir. Ich hab jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht, Zange. Ach man, ey. Es wäre so schön, wenn ich mal irgendwas machen würde und es funktioniert gleich. Das wäre echt schön. Muss ich zugeben, aber, ne. Zange, Fett, Nähe, Statue, Tagebuch, Pulverfass. Was auch immer ich damit benutzen sollte. Glasscherbe. Ähm, ich könnte höchstens hier nochmal das Fett probieren. Irgendwie einschmieren. Ja, du schmierst die ölige Handvoll, du schmierst die ölige Handvoll Fett um den verrosteten Hebel. Die ölige Handvoll Fett. Das ölige Handvoll Fett. Denke ich mal, wäre richtig. Aber ich, ich bin kein Deutschprofessor. Huh, es tut sich was. Ja, und jetzt? Was war denn das jetzt? Nein! Oh man, ich erschrecke immer so halb. Also, ich hab irgendwie schon damit gerechnet, dass der jetzt auftaucht, aber ich bin erschrocken. Okay, ach man ey, hast du diese Rätsel? Also, ist schon cool, mir gefällt das schon, aber, äh, das, äh, jetzt, ja, jetzt will ich das unbedingt hinkriegen. Das, das fuchst mich jetzt. Wie man so schön sagt. Okay, jetzt reiben, jetzt reiben wir erstmal den Hebel mit Fett ein. Ist echt richtig erotisch. Was machen wir dann? Fehlt hier noch irgendwas? So, Hebel, benutze, das ist echt schön. Benutze Fett mit dem Hebel. So. Der Hebel scheint mit dem Mechanismus der Winde verbunden zu sein. Ja, das hast du gut erkannt. Der das dann wieder nach, ich, 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 ich muss halt, ich muss halt, ich muss halt schnell handeln. Ich kann jetzt nicht Ewigkeiten hier rumprobieren. Also, solange ich in diesem Menü hier drin bin, vergeht die Zeit ja nicht. Von daher. Ich hab aber ehrlich gesagt, sonst echt nichts Sinnvolles dabei, also. Ja, der wird gleich wieder kommen. Ja. Ah, was muss ich denn machen? Ich weiß halt ehrlich gesagt noch nicht, wofür wir das überhaupt machen. Ups. Die 1. Na gut, aber wir können ja hier auch überall speichern, das ist schon mal ganz gut. Mhm. Äh, so. Okay. Naja, probieren geht über studieren, ne? Oder so ähnlich. Ich hoffe, dass wir nichts zu übersehen haben. So, das heißt, ziehen geht jetzt. Aber er zieht hier nur kurz dran und dann. Es, es tut sich ja überhaupt nichts. Da ist er schon wieder, Alter, was ist das denn? Oh Mann. Okay, also der verhaut mich dann auch direkt. Irgendetwas muss ich ja wohl tun können, um aus diesem, um diesem Dilemma zu entgehen, sag ich mal. Ist ja echt fast ein Dilemma. Ich hab's eben gesehen, der, die Speiche ist eben hier gerade schon in die Suppe reingetropft. Das hat auch gerade sehr schön ausgesehen. Okay, nochmal, benutze Fett, 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 hier. Heiß und fettig. So, dann ziehen wir mal kurz daran. Äh, äh, betätige. Wow, das ist schön. Oder müssen hier zwei Leute arbeiten und ich muss erstmal den Jungen organisieren. Es kann sogar gut sein, der eine muss den Hebel betätigen und der andere, ach Mann, das ist ja uncool. Dann müsste ich aber erstmal wieder das andere laden. Oder denke ich jetzt schon wieder zu weit? Kann natürlich sein, dass ich wieder viel zu kompliziert denke. Ich bin aber echter Meinung, dass ich den Jungen brauche. Ich probiere es jetzt noch einmal irgendwie hinzukriegen. Ja, wir können den jetzt auch nicht mehr um. Ey, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Ne, also der, der gibt dem Scroll die Nachricht, wie wir wissen. Hm. Ja, los, 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 schnell da rum. Da können wir das Geschehenes beobachten. Und dann gehen wir nochmal in den Raum nach hinten und... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen zwei Leute dafür. Und wir können den ja auch irgendwie nicht ausnocken. Schade, schade. Wir reden erstmal mit dem. Geht natürlich nicht. Aus dem Weg, du Kröte. Na, super. Okay. Aber jetzt ist der Junge ja auch nicht dabei. Ja, oder er ist vorausgegangen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe das Gefühl, wir müssen den irgendwie noch fragen. Ich bin mir nicht sicher. Es tut mir leid, dass ich wieder rumprobieren muss. Ich weiß, wir hängen hier wieder ein bisschen rum. Ach, da ist er doch. Ja, ich würde halt gerne mit ihm reden. Aber der, der Scroll taucht ja gleich wieder auf. Ja, ist, ist ja gut. Nein, jetzt. Es geht doch mal vorbei. Ah, da kommt er. Oh Gott. Ich wette, der verfolgt mich jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie den Jungen, der den Hebel betätigt. Und dann muss der andere irgendwas an der, ähm, hier an der Winde machen, genau. Hier ist ja, also, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was das eigentlich macht, das Ding. Es ist ein Trap. Schnell, sprich mit ihm. Hä, ziehe. Achso, ich habe, ja, ich wollte ihn auswählen. Okay. Wir müssen nochmal den Jungen fragen. Vielleicht hat er noch weitere Informationen. Also, ich meine, irgendwas müssen wir ja wohl machen können. Tut mir irgendwie fast leid, dass ich hier wieder so lange rumhänge. Jeder geht seinen Weg und er sagt dem Skoll wieder Bescheid. Dann mach mal. Ich beobachte hier mal die Alkoholleichen. Der ist auch schön. Achtet mal auf den hier. Na komm schon, mach mal. Jetzt bewegt er sich nicht mehr. Glück. Voll die Zuckungen. Der Skoll ist schockiert. Wegen des Weines. Ja. Ja. Kann sein, dass er mich... Ach ja, ich wollte eben fragen. Kann sein, dass er mich ignoriert, während er zum... Weinkeller geht. Aber nein. Er ignoriert mich nicht. Vielen Dank, Spiel. Also, langsam wird das ein bisschen frustrierend. Muss ich ja mal dazu anmerken. Okay. Wir gehen jetzt nochmal nach oben. Es tut mir leid. Aber, ähm... Ja. Probieren geht über Studieren. In meinem Falle... Gefäle geht über... Studieren. Oder so. Man weiß es nicht. Dann lasse ich ihn jetzt natürlich erstmal vorbeigehen. Dann will ich noch einmal in den Raum gehen. Ne, eigentlich will ich gar nicht in den Raum. Ich will mit dem Jungen reden. Wenn die KI nicht nur so... Ah, wäre. Das Problem ist ja, dass er dann da wieder... Hier fünf Minuten im Kreis läuft. Bevor er dann, äh... Mit dem Charakter redet. So. Die laufen aber alle so komisch. Ist echt merkwürdig. Okay, der wartet wieder. Ah, jetzt. Okay. So. Jetzt wird er uns ja wohl nicht mehr auf dem Radar haben. Sehr gut. Wir haben aber auch nur so wenig Zeit. Hier ist auch keine Tür. Ne. Sonst hätte ich ja mal eine Tür schließen können. Aber... Ne. Gibt's nicht. Pass gefällig auf. Nein, jetzt. Ah, Mann. Red doch einfach mit ihm. Heilige Scheiße nochmal. Ich will nur mit dem Jungen reden. Ich hab hier nicht ewig Zeit, bevor der Skull wieder auftaucht. Also Skull, wie komm ich zu Selina? Sie wohnt oben, aber ihr müsst die Zugbrücke runterlassen. Ah, okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wieso wir das machen. Wir müssen die Zugbrücke herunterlassen, dass wir zu ihr kommen. Gut. Das hat schon mal geholfen. Gut. Das ist gut. Auch wenn ich gerade ein bisschen das Spiel hasse, weil aus offensichtlichen Gründen... Ich könnte eigentlich auch nochmal das hier laden. Machen wir einfach mal. Dann wird das auch mal geholfen. Nein, es ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020